»Müssen versuchen, zu disapparieren, Harry«, flüsterte Hermine. Im selben Moment spürte er die unnatürliche Kälte über die Straße kriechen. Das Licht im ganzen Umkreis wurde weggesogen, bis hin zu den Sternen, die erloschen. In der pechschwarzen Dunkelheit spürte er, wie Hermine ihn am Arm fasste, und gemeinsam drehten sie sich auf der Stelle. »Und gemeinsam drehten sie sich auf der Stelle. Die Luft, durch die sie sich bewegen mussten, schien fest geworden zu sein. Sie konnten nicht disapparieren. Die Todesser hatten mit ihren Zaubern gute Arbeit geleistet. Immer tiefer brannte sich die Kälte in Harrys Fleisch. Er, Ron und Hermine zogen sich weiter zurück in die Seitenstraße hinein, tasteten sich an den Mauern entlang, versuchten möglichst kein Geräusch zu machen. Dann kamen sie lautlos um die Ecke geglitten, mindestens zehn Dementoren, sichtbar, weil sie mit ihren schwarzen Umhängen und ihren scharfigen und verwesenden Händen von einer tieferen Schwärze waren als ihre Umgebung. Konnten sie die Angst in ihrer Nähe fühlen? Konnten sie die Angst in ihrer Nähe fühlen. Vielen Dank.